Ich such schon länger bei Kleinanzeigen nach einem Staubsauger. Das ist für die Werkstatt so ein bisschen. Jetzt fahr ich hier lang. Das ist doch geil. Mega versifft, aber egal. Erst mal einpacken. Ein bisschen sauber gepunst. Hätte ich natürlich auch erst mal testen können, aber geil. Man muss zuversichtlich sein. Moment der Wahrheit. Geil! Oh, Moment mal. Der Sound. Stecker raus. Den sollten wir nicht in der Steckdose lassen. Vielleicht mal kurz aufschrauben. Der sieht doch nicht noch top aus. Ich meine, was kann da kaputt sein? Das ist ja nur ein Motor. Uh, guck mal hier. Die Anzeige, ob er voll ist. Wichtig ist das Tool mittlerweile für meine Dreharbeiten. Auch hier praktisch. So, hier sind noch zwei Sicherheitsschalter drin. Die überbrücken wir natürlich jetzt. So, natürlich alles ohne das Ding in der Steckdose zu haben, Leute. So, ab in eine haltbare Steckdose. Und jetzt gucken wir mal. Boah, Alter, ich bin so erschrocken, oder fuck? Man sollte ihn ausschalten vorher, so. Test zwei. Aha, da ist wieder das Geräusch. Ich nehme jetzt einfach mein Smartphone und gehe mit dem Mikrofon an die einzelnen Bauteile. Das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber so ermittle ich die Fehlerquelle. Der Test hat folgendes ergeben. Das Problem scheint im Hauptschalter zu sein. So, Schalterchen. Natürlich für 230 Volt ausgelegt. Geil, die sind sogar nur gesteckt. Oh, stopp. Passt genau theoretisch. Jetzt noch das Loch hier zumachen. Auto-Glue. Ey, und ich habe noch was Neues hier, ne? Eine Pinzette, aber nicht so eine normale. Nee, so eine. Die ist immer zu. Da kann man jetzt schön sein Teil, zack, eingespannt weglegen. Auto-Glue draufkleben. Schön voll klatschen alles. Und dann, zack. Fertig is it. Noch ein bisschen beibiegen hier. Und ihm hier die kleine letzte Ehre erweisen. Geil, ey, zweimal geworfen, einmal nicht getroffen. Gar nicht gecheckt, dass ich es nicht rausgeschnitten habe. Geil. Einbau. Geil, so hat schon mal nichts. Und? Hä? Oh, was? Kaputt repariert, oder was? Ah, oh, okay. Da ist was nicht richtig drin. Jetzt aber. Kein Sirren. Keine Sounds. Läuft, läuft. Fertig ist er. Der Passion B1. Ich freu mich mega. Mein Großteil ist nämlich gerade kaputt gegangen. Kleiner Saugtest nochmal.